Wun-Hop Quen-Do ist ein moderner Kung-Fu-Stil, der in den 60er Jahren von Professor Al Dacascos ins Leben gerufen wurde. Dieser Stil kombiniert die effektivsten Techniken verschiedener Kampfkünste mit dem Ziel, den perfekten Kampfkünstler zu entwickeln. Die Wun-Hop Quen-Do Schule Barenfeld bietet Ihnen weitere Kampfstile wie Kickboxen, Tai Chi und Boxen. Das Trainieren an unseren Boxsäcken und Geräten oder in unserem Boxring sowie die Teilnahme an Seminaren und Turnieren gibt jedem Schüler die Möglichkeit, sich neben dem Training weiter zu entfalten. In den Kursen für Kinder schaffen wir einen Ausgleich zum stressigen Alltag. So schärfen wir die Konzentrationsfähigkeit und die innere Ruhe des Kindes. Dies hilft ihm, gut durch das tägliche Leben zu kommen. Ausgeglichenheit, verbesserte Schulnoten und ein gestärktes Selbstvertrauen sind oft das Resultat. Es werden Kurse für jedermann angeboten. Ob Frau oder Mann, von jung bis alt, von Anfängern bis Profis, von privater Ausbildung bis hin zu Show- und Turnierkampf. Im Training wird versucht, das individuelle Optimum aus jedem herauszuholen. In den 70er Jahren eröffnete Professor Elder Kaskos die erste Wunhop-Kwendo-Kung-Fu-Schule in Deutschland. Diese bis heute älteste in Deutschland bestehende Wunhop-Kwendo-Schule übergab er seinem Meisterschüler Sifu Winfrey Djosko. Hier in Hamburg-Bahrenfeld lehrt der vielfache Grand Champion-Sieger zusammen mit seinen ältesten Schülern diese Kampfkunst. Als Ausgleich zu den Härten des Alltags und des Trainings legen wir einen hohen Wert auf Gemeinschaft und Familie. Erholen Sie sich in unserer Sauna nach dem Training und lassen Sie einen erlebnisreichen Tag ausklingen. Erleben Sie den Geist und die Kraft von Wunhop-Kwendo-Kung-Fu. Kommen Sie vorbei und werden Sie Teil dieser Familie.